Ich komme zu dir. Danke. Ach, verdammt, dafür brauchen wir hier nur 6. Hm, naja, egal. Hast du noch Kumpfung? Guck mal in der Truhe. Nein, das ist so gut. Dann machen wir mal die Kabel. Super intelligent von mir. Was denn? Guck mal hier runter. Wo runter? Na, hier runter. Ach, da runter. Keller. Guck dir mal meine Intelligenz an. Warte, ich habe hier... Ja, du sollst einfach mal runterkommen. Du musst mich eigentlich nur wieder reinlassen. Das ist alles. Mach ich nicht. Ne, also mach ich nicht. Stell dich mal drauf. Danke. Ich mache da keine Eisenblatten, sondern Hebel. Ja, dann kann man das Ding nämlich auf und zu lassen. Das war jetzt nicht so intelligent geplant von mir. Ich kann natürlich auch... Ja, genau, dann kommt hier dieses Holz wieder hin. Und ich setze mal wieder falsch, wie jedes Mal. Okay. Ich versuche mal ein paar Akzente zu setzen. Ein paar was? Akzente. Ja. Wobei auch gleich meine... 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 Ich muss jetzt auch kaputt sein, wird. Akzente. Ähm... Was auch immer der Krat setzen will. Ganz toll gemacht. Wie soll ich ja sagen. Wer ich? Obst ist Lob an mich. Was hast denn du gerade verkackt? Ja, das stimmt, ey. Sieht doch irgendwie voll nur nach Körling, oder? Ne, du weißt auch, den Baum, der es ja geprenzt hat. Den habe ich gerade auch gebaut. Wieso? Auf den... Also den Baum vom Haus habe ich abgebaut. Super, warum? Das ist nicht so einfach, dass das nicht kaputt ist. Äh. Kann ich aber noch kurz. Ich mache mir jetzt einfach noch eine Schaufel. Ja, dann mach mal die Tür halt dem... Was machst du da? Ja, gut. Von diesem Holz brauche ich auch noch jede Menge, ne? Ciao. Wir kommen, wir gehen, dass wir einen riesigen... Ja, okay. Du bist nicht alles. Wir gehen, dass einen riesigen Baum auch fällt. Genau. Ja, gehen wir mal los. Ja, es ist sogar Tag geworden. Und hey! Mal einfach mal vor der Haustür Bäume abfällen. Sag mal mit, ich habe einen guten Baum mitzunehmen, wo man das machen kann. Ne, ich habe hier auch einen gefunden. Ja, nämlich ganz hoch an den Lianen klettern und dann oben... ...humschauen. ...humschauen. Das ist eine gute Idee. Nein! Was denn? Ich habe das sogar überlebt. Ohne Creative Mod. Da machen wir erst mal nur die Ebene hier. Ah, Mist. Genau, jetzt so ein ganz Megateil hier abbauen. Und wenn ich das dann habe, dann... Ja, damit kann das schon einiges werden. Alter, ich möchte nicht mehr runterrollen. Alter! So, Sneak drücken und... Boah! Das ist ein... Ja, wo die Züge mitzunehmen. Aber nicht von meinem Holz-Clown. Das will ich alles haben. Ich habe meinen eigenen Baum. Das will ich hoffen. Ich habe mir sogar noch eine Axt vorher gemacht. Ja, meine könnte reichen, wird es aber wahrscheinlich nicht. Pass auf, dass du die Blätter ganz... Also die Baumkrone ganz abbaust. Warum? Weil da kommen wir kaum noch hin. Am Ende. Ja, ich hoffe mal, dass es die ganze Baumkrone jetzt hier ist. Soll ich erstmal ein bisschen Blätter abhacken? Ja, ich dürfte hinkommen. Wenn nicht, machen wir das aus Versehen mal. Was? So, wir bauen uns immer weiter nach unten. Da, da! Das spannende Abbau. Vier Holzblöcke in der Reihe. Ja, das ist eine schöne Menge Holz, das hier jetzt gerade rumliegt. Das ist eine Menge Holz, Junge. Hä, ich habe jetzt ein Stack und noch sechs weitere, also... Hast du den ganzen Baum schon abgezählt? Ja. Alter, ich habe mir das ganz sehr gut mit dem Baum. Puh. Boah, Mann, ich muss mir immer was Lustiges machen. Kannst du? Tanzen. Ja, 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 ja. Tanzen. Machen wir sowieso die ganze Zeit, ne? Also wir tanzen nackt und, äh... Oh ja. Immer. Ja, so sieht es besser aus. 25 mit meinem Baum. Yay! Ich kriege ein Bomber. Und ich will hier ein Stück sein. Oh, ich gucke mal, ob die Solare zählen Strom produzieren. Ja, ich will es hoffen. Alles umsonst, zumindest... Sonst geht alles umsonst. Okay. Oh, wir brauchen es gewachsen. Nein, es ist doch nicht. Na gut, okay, Bretter. Papier. Okay, wir brauchen ein Zuckerrohr. Hast du es gerade gesehen? Nein, was denn? Das Stück Erde ist hier weg, ne? Ja, das Stück Erde ist weg. Das habe ich da erlernt. Das war's, was ich dir zeigen wollte. Das sagen wollte. Das habe ich da erlernt. Nein, ich habe gerade den Regen ausgemacht. Ah. Das war's, wenn wir vorhin so schnell runtergehen. Ja gut, Regen ist verständlich. Das braucht man noch nicht. Bis dahin, wir machen diesen komischen Mod, halt. Nein, machen wir nicht. Von welchem Mod auch immer du gerade sprichst, aber nein, machen wir nicht. Das ist ein Wasser-Mod. Da entstehen eigentlich Fütze, wenn wir in den Regen aus. Das ist gut. Eigentlich müssten wir bei Chark die ganzen Sachen bringen. Mhm. Ja, nee, denn tagsüber wird der ja gefüllt und nachtsüber benutzen wir ihn dann. Die Energie davon. Oder so. Aber dafür... Mhm, also für alle Leute, die sich gerade wundern, warum ich hier einfach so rumduppe, ich bin auf der Suche nach Zuckerrohr. Und ich, ähm... Ja, was machst du? Also gut, hier finde ich's, glaube ich, nicht. Gucken wir mal hier weiter. Und dann hier in diesem kleinen Flüsschen auch nicht. Vielleicht hier... Ich hab mal eine Kettensäge gemacht, ne? Eine was? Eine Kettensäge. Ach, die kann man ja auch machen. Wie geht denn die? Ich hab zwei gemacht. Ach, hier ist wieder so ein lustiges Bug. Ja, nix hier. Ich bin hier gerade weit, weit weg. Ach, jetzt gibt's ja wieder diese komischen Chunks bei mir. Hey, kann man runtergucken. Aber ich will jetzt keine Chunks. Ich will... Ja, ich will... Ach, ich muss jetzt übrigens auch gleich wieder aufgehen, ne? Ich weiß. Ah, da hab ich's ja, endlich. Ich hab's gefunden. So, bin sofort wieder da. Hallo, ich muss jetzt weiter reden, ganz alleine. Also, das Spiel heißt Minecraft. Ich weiß nicht, ob wir's noch mal anschauen. Wir sind schon mal. Bestimmt. Der ist sicher nicht. Wir wissen die ganze Zeit nicht, um was es geht. Und warum erzähl ich dir das jetzt? Und ich hab das eh schon gemacht. So, was steht denn der? Hallo, du bist bei mir. Ja, doch, ich bin wieder da. Ähm, haben wir schon gesagt, dass ich Spiel Minecraft heißt? Hm? Haben wir schon gesagt, dass ich Spiel Minecraft heißt? Nein, hast du, glaub ich, noch nicht erwähnt. Nee, du. Ach so, ich. Ob ich das erwähnt habe? Nein, glaub ich nicht. Okay, und du spiel Minecraft, ne? Also, wir spielen halt Minecraft, ne? Äh, wo bist du? Ich bin hier irgendwo im Regenwald und hab grad Bambus gefunden. Ja, okay, ich leg dir ne Truhe deine Kettensäge an. Genau, mach das mal, falls ich diese Truhe jemals wiederfinde. Also, ich glaub, ich werd jetzt nur noch zurücklaufen können, den Bambus anpflanzen, dann müssen wir auch schon, glaub ich, Schluss machen. Ich hab dir deine Kettensäge wieder aufgeladen. Jo. Ach, das ging ja schnell mit dem Ausfinden. Oh nein. Was? Gibt's doch nicht. Es ist, äh, verdammt. Da war grad ein Chunk, ja, unser Haus lag grad mitten in einem Chunk. Ach, gut. Ja, das brauchen wir. Guck mal, ich hab dir deine Kettensäge geflascht, dann... Ja, ich nehm sie mir. Die muss du abends mal aufladen. Kann man damit schneller Bäume fällen oder so? Ja, das wird extrem schnell mit dem Kettensäge. Guck ich schon mal grad. Ich fäll wieder irgendein Monster warm. Oh, die hat nicht so viel Akku, glaub ich. Weiß lieber. Ja, so viel schneller geht das jetzt auch nicht, was wir mit der Diamant-Hacke. Egal, ähm... Dafür kostet die keinen Diamanten. Und du kannst dann das Blätter abholen. Oh. Genau, ich geh hier und mach jetzt folgendes. Ich setz einfach mal... ...genau den Sand. Ich find's hier nicht sehr schnell. Ziemlich zügig. Ja, Erde. Ich wollt hier keinen Erdeweg machen. Ich wollt hier... ...ja, ist doch egal. Schuka-Rohr hinsetzen. Und dann hat er's hier oben doch gemacht. Naja, egal. Als nächstes ist der Build-Rohr dran. Also der Ober. Mhm. Haben wir doch relativ viel Schaffchen hier aufgehauen. Wir müssen jetzt schon ins Item-Craft hingehen. Ja, wir kommen hier relativ schnell voran. Ah, schau, ich hab keinen Platz mehr. Ah, ich sag mal... Ach, ich wollt' ich jetzt nicht machen. Ups, ich hab den Zuhörer aufgehauen. Gena, ja, die haben jetzt hier noch alle Energie. Das ist gut. Hey, wir haben Tin-Dust. Ich weiß. Viele Menge sogar. Ich mach Branche da raus. Ich tu mal hier... ...tu ich schon in die Truhe rein. Okay, dann mach ich jetzt mal Kupfer erst. Haben wir, glaub ich, auch schon. Ja, voll Spaß. Au, ja, wir müssen jetzt Schluss machen. Oh, ja, ich merk's. Hm? Ich merk's. Okay, Leute, wir sehen uns dann wieder. Tschüss. Tschüss.